Hi, mein Name ist Sorab. Ich bin Gründer und CEO der Scrum Academy in Köln. Heute erzähle ich euch etwas über den Kontext der agilen Arbeit. Viele Teilnehmer und andere Leute, die bei mir in den Kursen erscheinen, stellen mir die Frage, wann müssen wir überhaupt agil arbeiten? Was bedeutet es überhaupt, agil zu arbeiten? Was bedeutet Agilität? Ein Modell, was mir dabei hilft, das selbst zu verstehen, aber auch anderen Leuten zu erläutern, ist das sogenannte Stacy-Diagramm. Ralph Stacy ist ein Professor in England. Sein Modell ist relativ simpel. Es besteht aus zwei Achsen. Auf der einen Achse haben wir die Unsicherheit im Hinblick auf was. Das ist bei uns die horizontale Achse. Auf der anderen Achse haben wir die Unsicherheit im Hinblick auf wie. Das ist bei uns die vertikale Achse. Die Unsicherheit nimmt somit nach rechts bzw. nach oben hin zu. Basierend auf diesen beiden Achsen können wir verschiedenste Domänen von Arbeit unterscheiden. Ganz unten links, niedriges Maß an Unsicherheit im Hinblick auf was, als auch im Hinblick auf wie, ist die sogenannte simple Domain. Man könnte sie auch mit klar bezeichnen. Direkt daran angrenzend ist die sogenannte komplizierte Domain im Englischen complicated. Dann folgt die relativ große, komplexe Domain und ganz oben rechts mit einem sehr hohen Maß an Unsicherheit im Hinblick auf was und wie haben wir die Domain, die Herr Stacy als Chaos bezeichnet. Beginnen wir mal mit der simplen Domain. Ein Beispiel für diese simple Domain wäre, ihr wollt euer Haus oder eure Wohnung renovieren und als Teil dessen soll auch euer Badezimmer renoviert werden. Wenn ihr so seid wie ich, habt ihr zwei linke Hände und jetzt bestellt ihr einen Fliesenleger ein, der für euch das Bad neu fließen soll. Der Fliesenleger trifft ein, ihr zeigt dem Fliesenleger die Größe des Bads, er verschafft sich einen Überblick über die Beschaffenheit des Bads und er schaut sich die Art der Fliesen an, die ihr verlegt haben möchtet. Anschließend stellt ihr dem Fliesenleger die alles entscheidende Frage. Was kostet mich das? Wie lange wirst du dafür brauchen? Was denkt ihr? Kann der Fliesenleger darauf eine Antwort geben? In aller Regel ja. Weil das Was ist klar und das Wie ist klar. Sprich, der Fliesenleger hat von euch all die Informationen bekommen, die er braucht, um eine gute Einschätzung darüber abzugeben, wie lange er für die Arbeit braucht und dementsprechend was das Ganze kosten wird. Wenn der Fliesenleger an dieser Stelle keine Aussage treffen kann, werdet ihr wahrscheinlich skeptisch werden. Zumindest ich werde skeptisch. In dieser Domain, in dieser simplen Domain, lebt das traditionelle Projektmanagement. Wir können jetzt das klassische Dreieck aus fixem Time, fixem Budget und fixem Scope, nämlich den klaren Inhalten, können wir darstellen. Innerhalb dieses Dreiecks können wir sogar die Qualität fix machen. Wir sprechen an dieser Stelle auch von definierter Prozesskontrolle. Definiert, weil man zu Beginn des Projektes alle Komponenten Scope, Zeit und Budget vorab definieren kann, vorab festlegen kann. Wandern wir zu komplizierten Domain. Complicated. Wir bleiben beim gleichen Beispiel, verändern eine Variable. Diesmal kommt der Fliesenleger zu euch, ihr zeigt ihm wieder das Bad, er verschafft sich einen Überblick über die Größe, über die Beschaffenheit, aber ihr habt keine Fliesen besorgt. Jetzt stellt ihr dem Fliesenleger dennoch die Frage, was wird mich das kosten und wie lange wirst du dafür brauchen? Welche Antwort gibt euch der Fliesenleger jetzt? In den allermeisten Fällen bekommt man nun als Antwort entweder eine Range von so lange bis so lange, von diesem Preis bis zu jenem Preis oder man bekommt als Rückmeldung, es kommt darauf an. Das Besondere an dieser Domain ist, der Fliesenleger kann sehr klar artikulieren, was die Unsicherheit ist. Wenn ihr ihm jetzt die Frage stellt, worauf kommt es denn an, kann er euch eine ganz klare Antwort geben. Die Antwort wird wahrscheinlich sein, es kommt auf die Art der Fliesen an. Und wenn ihr jetzt gemeinsam durch einen Katalog stöbert oder, wir sind ja im 21. Jahrhundert, durch eine Website geht, könnt ihr eine gewisse Art von Fliesen aussuchen und schon reduziert ihr das Maß an Unsicherheit. Ihr wandert aus der komplizierten Domain in die simple Domain runter. Mit diesem neuen Wissen, mit dieser reduzierten Unsicherheit, kann der Fliesenleger nun auch wieder eine Antwort auf die Frage geben, wie lange es dauert und was es kostet. Diese Tätigkeit, theoretisch quasi die Unsicherheit zu reduzieren, das ist das, was wir in vielen Projekten als Analysephase bezeichnen. Wir reduzieren die Unsicherheit im Hinblick auf was und auch im Hinblick auf wie, kommen damit aus der komplizierten in die simple Domain runter und können dann wieder sehr gut definierte Prozesskontrolle betreiben. Wandern wir jetzt nach ganz oben in die Chaos Domain. Hohes Maß an Unsicherheit im Hinblick auf was, hohes Maß an Unsicherheit im Hinblick auf wie. Welche Unternehmen liegen aus eurer Sicht in diesem Bereich? Wenn ich diese Frage in meinen Kursen stelle, bekomme ich häufig die Antwort, forschende Unternehmen liegen da drin oder Startups liegen da drin. Und beides ist richtig. Startups sind per Definition Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell noch nicht gefunden haben. Das heißt, sie sind noch auf der Suche. Wenn wir auf der Suche sind, haben wir ein hohes Maß im Hinblick auf was wir bauen sollen, damit es unserem Kunden gefällt und auch wie wir es bauen sollen, vor allem weil viele Startups sich neuer Technologie zuwenden, um eben einen neuen Mehrwert für Kunden zu kreieren. Wie gehen Startups nun vor? Schließen sie sich ein für mehrere Jahre, bauen dann etwas, kommen dann raus und sagen, tada, kauft unser Produkt? Das ist eine rhetorische Frage. Wahrscheinlich nicht. Die guten Startups versuchen in regelmäßigen Schritten systematisch das Maß an Unsicherheit rauszunehmen. Das heißt, immer wieder kleine Experimente zu fahren, in denen sie sich mehr und mehr Sicherheit bringen im Hinblick auf was der Kunde braucht und wie sie den Mehrwert für den Kunden kreieren können. Auch welches Geschäftsmodell dahinter legen kann. Diese Treppe, die ihr jetzt aufgezeichnet seht, zeigt, wie Startups systematisch und strukturiert in kurzen Zyklen Unsicherheit Schritt für Schritt reduzieren. Einige Leute bezeichnen das als Inspect and Adapt. Andere wiederum als Trial and Error. Ganz wichtig ist, dass man experimentiert, um Schritt für Schritt hinzuzulernen und das Maß an Unsicherheit runterzufahren. In der agilen Entwicklung bezeichnen wir dies als inkrementell iterative Entwicklung. Wir bauen etwas Kleines, das ist unser Inkrement, und wir holen dazu Feedback ein. Das ist die Iteration. Die große Domain zwischen dem Chaosbereich und dem komplizierten beziehungsweise simplen Bereich, das ist die sogenannte komplexe Domain. Und sie hat von Natur aus wesentlich mehr Gemeinsamkeiten aufgrund des relativ hohen Maßes an Unsicherheit mit der Chaos-Domain als mit den anderen beiden Domänen. Diese Vorgehensweise, die wir jetzt anhand der Treppe dargestellt haben, wird im Gegensatz zur definierten Prozesskontrolle als empirische Prozesskontrolle oder Empirismus bezeichnet. Wir könnten das gleiche Dreieck, wie wir es bei der definierten Prozesskontrolle abgebildet haben, auch jetzt abbilden. Stellt sich die Frage, welche der drei Ecken wir fixen können. Wie sieht es mit der Zeit aus? Können wir diese fixen? Wie sieht es mit dem Budget aus? Können wir dieses fixen? Und wie sieht es mit dem Scope aus? Können wir dieses fixen? Wenn ich mir jetzt ein Projekt aus der Realität anschaue, beispielsweise die Entwicklung eines Lastwagens mit der Firma MAN, dann haben wir so wohl die Zeit gefixt. Uns blieb nichts anderes übrig, weil der Lastwagen zu einem bestimmten Zeitpunkt auf einer bestimmten Messe stehen sollte, als auch das Budget. Weil kein Unternehmen, kein Start-up hat unendlich viel Geld. Selbst wenn sie Geld von Investoren bekommen, ist dieses begrenzt und kann dann natürlich bei Bedarf, sofern das Team geliefert hat und die Stakeholder bereit sind, weiteres Budget nachzuschießen, erweitert werden. Der Punkt, den wir nicht fixen können, ist der Scope. Zumindest nicht auf dem Detaillevel, wie wir es klassischerweise bei einer Anforderung Lastenheften oder Pflichtenhefte machen würden. An die Stelle des Scopes tritt nun die sogenannte Produktvision. Die Produktvision ist per Definition wesentlich gröber. Sie zeigt uns, und deswegen male ich immer einen Nordstern auf, die Richtung an, aber sie gibt uns nicht alle Details mit. Jeff Bezos, Gründer und Geschäftsführer von Amazon, sagt immer, be stubborn on the vision and flexible on the details. Sei stur, was die Vision angeht, aber flexibel im Hinblick auf die Details. Bei uns bedeutet das, wir wissen, wo die Reise hingeht, aber der genaue Pfad, der steht eben noch nicht. Und das ist genau Teil dieser empirischen Prozesskontrolle, wo wir Schritt für Schritt in enger Zusammenarbeit mit unserem Kunden lernen, was Mehrwert schafft und wie wir diesen Mehrwert kreieren, generieren können. Wenn wir uns diese Domänen anschauen, simpel und kompliziert auf der einen Seite, komplex und chaotisch auf der anderen Seite, dann sehen wir sehr genau, dass in der komplex und chaotischen Domain agile Entwicklungsmethoden nicht nur angebracht, sondern von großem Mehrwert sein können. Eine solche agile Entwicklungsmethodik ist Scrum. Und dazu haben wir ja bereits ein Video erstellt. Dort könnt ihr euch sehr gut vor Augen führen, wie Scrum als Framework systematisch genau diesen Empirismus das konstante Inspect & Adapt abbildet. Alle Events in Scrum sind genau darauf abgebildet oder erstellt worden. Ich hoffe, dass ihr anhand dieses Videos einen besseren Überblick bekommen habt. Zum einen, wie man verschiedene Arbeitsdomänen unterteilt. Zum zweiten, in welcher dieser Domänen eine agile Vorgehensweise, eine empirische Vorgehensweise relevant wäre. Wir freuen uns, euch bald weitere Videos zu dieser Thematik zur Verfügung zu stellen. Herzliche Grüße, SORAB. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020